Wir vom Schautmaler sind sicher unterwegs, darum gilt bei uns Safety First. Gerne kommen wir überall hin. Unsere Servicemalerinnen und Servicemaler kommen mitsamt fahrender Malerwerkstatt zu Ihnen nach Hause. Sie haben alles dabei, um Ihr Zuhause schöner zu machen. Unsere Servicemaler erbringen qualitative Arbeit. Für etwas Abwechslung im Homeoffice können Sie gerne mithelfen. Sie bekommen von uns Instruktionen und Ihr eigenes Werkzeug. Aber unter zwei Meter Abstand geht nichts, denn wir halten konsequent die Vorgaben vom BAG ein.